Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Fail Magica, weil Ruki, der fehlt irgendwie ein Hut. Oder sieht das nur bei mir so aus? Ne, ich hab jetzt irgendwie keinen Hut auf. Ich hab jetzt eine Rolle an. Warum auch immer. So, jetzt mit Stein draufballern und gut ist. Ist hier ein Stein? Ja. Sag mal, ey. Ruki, du bist der Letzte, der lebt. Ja. Oh. Oder, beziehungsweise, Doc ist noch eingefroren. Ja. So. Warum geht das nicht weg? Ich bin tot. Oh. Jetzt ist es kaputt. Übrigens mit Otto und Ruki. Ich glaub, ich hab mich wieder vergessen. Wir sind hier schwer am Concentration und so. Genau. Leertaste. Die wird gehämmert. Die wird gehämmert. Genau. So, zack. Ich hab auch mal ein bisschen mit hier. Weil, wenn du Bomben legst, musst du danach ein bisschen hämmern, weil sonst. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Ich bin tot. Warte, warte, warte. Nein. Oh, scheiße. Ruki lebt wieder. Ruki lebt wieder, aber ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich boosne wieder, ich boosne wieder. Ich nicke, ich nicke, ich nicke, ich nicke, ich nicke. Könntet ihr mich mal blitzen? Oh, scheiße. Okay, das mit Blitz hat sich gerade erledigt. Schild, 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 Schild. Ja. Ich bin auch weg. Schild, 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 Schild. Ups, nicht das Schild. Ja, das ist falsches Schild, falsches Schild, falsches Schild, betont, betont. Ja, 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 Moment. Schild. Motherfucking Schild. Ich bin auch tot, gell, hier, mein Haus. Ja, jetzt nicht mehr. Doch, jetzt, ach doch, jetzt hier. Jetzt hab ich meinen Hut, du doch. Bums. Oh. Ich hab mich gerade selbst gesprengt. Ja, ich bin soweit. Wo bin ich denn? Ach da. Rückzug, Rückzug. Ich bin schon wieder tot. Alter, wieso läuft denn das? Ach, verdammt. Ich hab mich verklickt. So, jetzt hab ich die Schnauze. Ja, das Problem ist... Versuch's mal. Mal sehen, ob's klappt. So. Jetzt frostet sie. Das ist eigentlich... Wo bin ich denn? Ich seh mich nicht mehr. Danke. Na, das war jetzt ich, der hier draufgegangen ist. Verdammt, das hat jetzt nicht geholfen. Wir sind alle zwei tot, Rudolf. Du musst wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Ja, ich wusste... Ich wollte sie frosten. Ja, das Problem ist, ich stand links neben dir. Und wenn du links neben dir zielst, dann bin ich das gewesen. Ja, der andere Typ stand aber auch direkt neben dir. Du musst dir den ingurieren. Ja, nee. Der hat nämlich auf mich eingeschlagen. Boah, das frage ich mich auch gerade, weil warum bin ich explodiert? Ich bin doch nur durch Blitze durchgelaufen. Mal, ähm... Ich bin irgendwie ein bisschen gefrostet. Ja, stoppt doch einfach. Ähm... Oh, von hinten kommen sie schon wieder raus. Ähm... So... Was war's? A, S, A... Ah ja, hält mich da. So, die sind weggespringt. Ja, nicht ganz. Wir müssen das ein bisschen langsamer eingehen. Okay, das hebt sich. Von hinten kommt was? Okay, ich bin vorne. Ich mach hinten, ich mach hinten. Alter, wenn beide Bomben gleichzeitig explodieren, dann geht der Schild sowas von runter. Unser Schild ist gleich weg. So, jetzt könnt ihr wieder. Das machen wir nämlich auch neben dich, nebenbei. Ein bisschen wegnicken, mitnicken. So, hinten ist klar. So, hier ist auch klar. Ich lass den vorne mal alleine machen. So, hier. Nimm das und das. Du brennst. Ähm... Moment, ich bin eh gleich tot, so. Scheiße. Okay. So, von hinten kommt wieder was. Achtung. Nein, 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 nein. Warte. Scheiße, ich hab falsch gelegt. Ja, die liegen ein bisschen doof. Achtung, hier geht noch. Gut, gut, gut. Die krieg ich nicht glatt hier. Naja, egal, die kommen wir nicht rein. Noch nicht. Das sieht lustig aus, wie ihr nickt. Ja. Moment. Wir beten das Schild an, wa? Ja. Ja, genau. Ähm. Tschüss, gar nicht, ob das bei mir auch was bringt. Bringt das bei mir auch was? Ich glaube schon, ja. Also, Doc, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, dich jetzt endlich mal zu löschen, oder du stirbst freiwillig. Das Problem ist, ich versuche hier gerade den komischen Typen da einfach mal wegzubomben. Na, geh doch hin und mach mit der Hand. Hau, ne, ins Gesicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Du musst das Schifft-Taste drücken, gell? Schifft, ah, verklickt. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Nein. Das Schild ist weg. Ups, das war ich. Okay, wieder belebend, bitte. Jo, ich bin schon. Ups. Falsches Schild. Ich mach den erstmal schnell platt hier. Doc, du brennst schon wieder. Du musst nicken. Und? Du bist gleich tot, Otto. Mach die Impfschild fertig, mach die Impfschild fertig. So. Aber nicht mich. So, ich geh wieder hinten hin. Ich nicke, ich nicke, ich nicke, ich nicke, ich nicke. Moment, wenden, wenden. Wenden ist klar. So, ich übernehme. So. So. Wir haben hier hinten noch einen, den mach ich mal noch. Und. Stopp einfach. Ey, der haltet er sich selber oder was? Der kriegt hin und wieder Plus, hast du nicht gesehen. Okay. Moment. Oh. Ah. Oh, jetzt fängt er wieder an hier. Ihr habt den fast, ihr habt den fast. Oh, alter. Warum? Achso, ich verklick mich dauernd hier. Jetzt da. Ja, das sollte man nicht in dem Fall. Komm, Baby. Komm, komm. Das war er. Ah, da ist noch hier der eine Heini da oben weg. Aber nicht im Trägenbild. Ah. Entschuldigung. Alter Schwede. Ach, YouTube, das war ja wohl gemetzelt. Was für eine Geburt. Das hat aber am Ende funktioniert. Warte mal, hat da irgendwas zum Aufheben? Keine Ahnung. Wie war das hier? Wie war das hier? Man konnte doch irgendwie die Stäbe und so vergleichen. Was war denn das? Wie ging das? Klop, tap. Ja, genau. Wie liegt ein Excalibur noch rum? Ja, das ist meins. Das habe ich irgendwie auf dem Weg ein bisschen verloren. Sexy Excalibur. So, nimm's. So, ich hoffe, das wird jetzt hier gespeichert, weil das war mir... Ich habe jetzt keine Nummer auf den Akt, bin ich ganz ehrlich. Das war ein kleines Highlight. Puh, ich bin echt alt. Ich gehe mal da hoch. Nee, ich gehe runter. Runter, runter, runter. Ich bin da oben, ich will wissen. Ach, da geht's weiter, okay. Also, soweit ich weiß. So, dann siehst du das, es gibt keine Karte. Er hat geraten. Er hat eigentlich eine Münze geworfen. Ach, hier, Sherlock Holmes. Genau. Was kriegen wir da unten? Erlern, Phönix-Beschwerung. Ah, ja, die Phönix-Beschwerung. Sehr schön. Trotz all ihrer magischen Kräfte... Was stand da jetzt gerade nochmal? Scheinen Goblins noch immer am Ende der Nahrungskette zu stehen. Was ist denn dieses Phönix-Schlag-Micht-Tot? Halt, ich zeig's euch mal. Wie? Donnerkeil, Regen. Ja, Phönix ist doch auf alle Fälle... Danke. Ja, das war Absicht. Das ist aber kein Phönix gewesen. Phönix ist ein Vogel. Da ist er. Oha, cool. Ähm. Wir sind alle tot? Ja, das ist auch du, weil du wurdest wiederbelebt. Das ist die Phönix-Beschwerung. Also das ist die, die... Wie funktioniert die? Die macht dich... Also wenn du stirbst, wirst du lebendig und wir beide sterben. Sag mal, warum werde ich gerade nicht mehr geheilt? Äh. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Danke. Ich hab's gerade gesehen, hier, Alter. Ja, okay, das ist mal schön baden. Ja, ich sehe nur noch die Plus irgendwas über meinen Kopf, aber jetzt bin ich geheilt. Das hat jetzt aber gedauert. Okay. Das Problem ist, man sollte sich dann möglichst schnell weg-teleportieren, weil sonst geht man drauf. Weil Phönix klatscht auf einen runter. Alter, kriegst du ja, da brichtst du dir ja den Finger. Nicht schon wieder so. Oh Gott. Falsche Taste. Boah. So. Hau einen Stein drauf, hau einen Stein drauf, hau einen Stein drauf. Weg, 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 Otto, weg, weg, weg. Ich hab gesagt, weg. Gleis, Hops, Gleis, Hops. Oh, jetzt, was macht er? Warte mal, mal gucken hier. Das sieht gut aus. Der hat mich, der hat mich. Ah. Oh, der hängt dran, Alter. Das sah ja geil aus. Stopp doch einfach nur. Mensch, stopp. Ich bin weg vom Fenster. Danke. Jetzt ist er, Hops. Warte, nee, noch nicht. Jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Alter, wir kriegen einen so einen Heini nicht platt. Ja. Gibt sich Skillpunkt? Oh, ist klar, deine Mutter kommt. Bedeutung jetzt auf. Wieso? Jetzt hat. Stein ist jetzt sehr effektiv, wenn er gefrostet ist. Oh, okay. Sehst du, das ging nachher. So geht das, zeig ich mich, ne? Ja, hier. Achso, jetzt muss ich mich hören. Oh, ich weiß nicht. Juhuuu. Oh, 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 push mir mal wegrennen, Ruki. Juhuuu. Juhuuu. Ups, danke. Ihr solltet ja auch euch nicht mit mir als dem bewegen. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Jetzt kann ich da jetzt nicht tun. So, wollen wir drüber uns zählern? Ja, das hat auch noch versucht. Es klappt irgendwie dazu ganz. Warte mal, wie war das? Geht auch nicht. Ey, was ist hier? Kann es sein, das zu spiel? Will ich den Tum zum Einsturz bringen? Ah, jetzt. Ah, okay. Ach hier, gucke an. Ja, jetzt nur hier diese Kurbel treffen müssen, dann hätte es auch schon gereicht, dass das den runterkommt. Okay. Das hättest du ja mal sammeln. Ja, ich wollte erst mal diesen scheiß Turm wegkriegen. Da kommt rechts gleich ein Oger raus. Komm hier, Höhle. Höhle, Höhle, rechts. Rechts, Höhle, Höhle. Habt das schon was hin? Äh, von vorne kommen ganz viele, ganz viele Böse. Au, 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 Otto, du lebst noch. Das nenn ich mal ein Wumms. Ah, verdammt, das war ich. Ey, da retten wir hinterher. Nein, Ruki. Ja, voll. Alle weg. Scheiße. Ich hab gedacht, man kann da nicht runterfallen. Doch, klar, du kannst immer runterlaufen, das ist ja das Schlimme. Scheiße. Oh, Mann. So. Ähm, Doc, du stehst mir genau in der Schussrichtung. Moment. Oh, Entschuldigung. Ah, verdammt. Oh, geht trotzdem runter. So. Also nicht in die Höhle, wir gehen quasi da erstmal die Heinigsplanung. Ist der gerade da? Vorsicht, ich lege jetzt Bomben. Also cool wäre, wenn du wieder dein Schild machen würdest. Das wäre so eine Maßnahme, glaube ich. Ähm, ich bin drin. Oh, ja, außerhalb geht's nicht. Oh, verdammt. Nein, ich bin tot. Ich überlebe euch gleich wieder. Moment, Moment. So, wie du lebst. Ähm, ich hab hier drin Heilbomben, falls es jemand interessiert. Schön, wir kommen nicht rein. Das ist okay. Verdammt, ich bin gestärbt. Du bist nass, Rottow. Rottow, 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 Rottow. Meine Freunde. Lauf hier einfach mit die Bomben drüber, Rottow, Doc. Ich laufe hier immer hinter euch lang. Das ist auch schön. Und legt ihr Bomben. Aber die müssen wir aber so platt machen hier. Die sind ja, die schmeißen ja Feuerzeug. So. Kommt her. Ich lösche die einfach mal. Ich glaube, das klappt so nicht ganz. Doch, das geht mit Wasser. Richtig cool hier. Halt, ich müsste nämlich natürlich... Ah! Wo? Was war das jetzt? Das sieht zufällig aus. Was sind das für Bomben? Okay. Hau mal wieder einen Stein rein. Danke. Bitteschön. Vorsicht, Rookie, da sind Bomben. Böse Bomben. Aber hier ist noch eine Höhle, da müssen wir noch hin. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da will ich ehrlich gesagt. Wartet mal ganz kurz, wartet, wartet, ich muss das Schwert, das Schwert, das Schwert. Du hast doch schon ein Schwert in der Hand, das ist doch das Gleiche. Nee, nee, ich kann doch zwei einnehmen. Eins links und eins rechts. Ach nee, doch nicht. Das ist ja doof. So eine Höhle. So hätten wir da so ein Teil. Die Höhle ist... Oh, da hinten kam es schon wieder. Ja, da gibt es nichts. Und hier kommen schon wieder tausend Einheiten. Haha, ich sitze in der Höhle und habe mich verbarrikadiert. Ich seh es schon. Hahaha. 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 Oh, der ist mich hier weggeflackt. Mach mich mal an der Heine. Kann ich gerade nicht, weil ich nass bin und es regnet. Vielleicht kannst ja Otto. Warte. So, Otto hat mich jetzt auch getötet erfolgreich. Ja, ich habe gehofft, hier in der Höhle nicht getroffen zu werden, aber mein Schild hat es trotzdem zerlegt. Oh, das ist eine Bombe. Ich finde das irgendwie gerade cool, mit den ganzen Bomben da durch die Gegend zu rennen. So. Ich laufe mal drüber. Ja, jetzt hat es sich zerlegt. Die hat einen Arkanen drin, wa? Ja. Weil die brauchen einen Arkanen, sonst explodieren die nicht. So, wollen wir mal hoch. Höhle bringt ja nichts. Ja, natürlich. Achso, Mann, jetzt habe ich mich selbst verschildert. Ja. Da kommen wieder welche. Ganz viele. Oh, hier. Einmal Bomben. Oh, das macht auch schon Spaß. Ja, ist schon. Also, wenn du, wenn, Bomben. Ja? Wenn du dich ganz so viele Bomben anzulange das Schild noch nicht voll aufgeladen ist, bitte. Äh, ich bin gerade dabei, dir zu helfen und so. Oh, ja, voll der Zauberer. So, jetzt ist es voll. Der will von hinten her. Ja, ja, das Problem ist, ich habe gerade mitgeholfen. Ähm, 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 ähm. Ui, oh. Also, der... Ja, Michael. Ich hatte's... Bitteschön. Das ist der Vorteil im Schild. Man kann es kurzzeitig in Ruhe lassen und... Ist der Typ tot? Ja, der Typ ist tot. Dann... Ähm, wartet. Schade, dass man nicht zoomen kann, gell? Und... Das täte mich ja echt... Ähm, Doc kann zoomen. So. Ich soll zoomen, hast du gesagt? So. Zoom genug? Achso. Ich hab... Achso, aber... Aber wir können nicht so. Ihr habt nicht so einen Startkanas. Ihr habt nicht die Special Lupe. Hier. Das ist cool. Yeah. Ach stimmt, da ist ja noch mal einer. Mach dir nämlich auch klein Metall. Oh, ich will das auch haben. Wäääh. Edge, 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 edge. Ich finde das super. Deswegen habe ich mitgenommen. So. Würde ich sagen, super finden wir auch, wenn die nächste Folge kommt, oder? Was meinst du, Jungs? Ja. Ja, ich denke mal schon. Dann sage ich mal so viel. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.